Alles cool, alles cool, Leute. Mir geht's gut. Ich hab einen kleinen Fehler begangen. Kann mal jemand den Fahrstuhl bewegen? Ja. Bist du unter dem Fahrstuhl? Der ist über dem Fahrstuhl, wette. Das kann überhaupt nicht sein, weil ich bin nämlich auf dem Fahrstuhl. Ja, ach du bist, du stürzt jetzt übrigens. Oh nein, oh wie, oh ich wäre fast, ich wäre fast nicht gestorben. Passt. Okay, willst du, du bist, du kleine... Das kann ja jetzt nicht sein. Jetzt komm her. Ich konnte doch nicht mal deinen Schniedeltanz anschauen. Ist das Neo, ist das okay? Glaub ich eher weniger. Ich glaube auch, dass Neo der Trage hat. Das ist ein Mentor, ich weiß es genau, ich weiß es genau. Oh mein Gott, ich werde beschossen. Weil ich glaube nämlich, dass du es bist, weil ich bin es nicht und wenigstens nach... Bist du krank? Alter, du hast den Schrotz, ich schnapp. Hat es geklappt, was? Ja, er ist tot. Kein nix, bist du krank? Nein. Warum nicht? Ich gebe dir einen Typkiller, du solltest da weggehen. Ach so, snipe da jemand. Nein, nein, nicht snappen, aber... Bist du... Wo bist du? Hey, mich hat jemand umgebracht. Ah, ich war schon, ich muss auf den Zettel. Oh, Leute, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Der Schniedeltanz, Dan. Ist ja nicht irgendwo dieser Traitor-Tester? Ja, oben wieder im... In diesem kleinen Häuschen, was auf den Berg steht. Meine Tastatur funktioniert nicht. Aber Muntu. Muntu, wir machen einfach alle Traitor kaputt. Zurzeit ist es ja noch nur ein... Scheiße, ich bin runtergefallen. Okay, es lebt doch. Zurzeit ist es ja noch einer. Muntu, ich glaube, ich glaube, es ist Neo. Aber pssst. Ich glaube, Muntu ist es. Nein, ich könnte die ersten Screenshots senden, wo der Innocent steht. Ich spring jetzt mal auf den Scheißbaum, da. Ah, nein, nein, nein. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er da? Da, da. Es wird schon geschossen. Alter, Muntu. Ich dachte, er wäre es. Oh, fuck. Alter, Killer. Was, 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 Killer? Ich habe niemanden umgebracht. Noch nicht. Oh, ich. Jetzt habe ich wegen dir Muntu weggekloppt. Fuck. Alter. Wie, du hast wegen mir Muntu weggekloppt. Ja, Muntu schießt auf Witzens und da habe ich gedacht, Muntu ist es und habe halt zerkloppt. Muntu ist es auch gewesen, ich weiß es genau. Nur weil das jetzt bei mir gerade kam, dass ihr gewonnen hättet. Ganz unauffällig. Das ist, weil ich runtergefallen bin und ich bin im Flug plötzlich ein Trailer geworden. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Okay, ich wollte jetzt Wasser spüren. Ey, Killer, hast du schon eigentlich Ding gezockt? Arma 3? Ne, ne, ich habe es noch nicht. Ich habe nicht so viel Geld, weißt du. Ich bin ja nicht so ein reicher Schnösel wie du, Muntu. Hast du wenigstens Arma 2 schon mal gezockt? Natürlich. Daisy und so, Junge. 100 Millionen, 1000 Folgen und so. Wer hebt denn da Leichen rum? Der Neo. Ich glaube, Neo ist der nächste Trailer. Das sehe ich jetzt schon. Der war gerade eben schon Trailer. Ne, Neo ist wieder Trailer. Oh, so. Ich habe den Goldblock gefunden. Wer reinkommt, würde sich testen lassen, kann reinkommen. Ich will mich testen lassen. Ich will mich testen lassen. Okay, ich komme mal gucken. Okay, ach, bist du nicht sowieso Detective? Also, bei mir steht Innozent, nicht Detective. Kenne ich's, du hast den Block? Power to Craft is... Tony's Service, Mentu. Ja, du bist Detective. Also, ich gehe jetzt rein. Warte, Tür zu und Hebel drücken. Und dann schließen und den Hebel ziehen. Ist grün, alles smooth. Killer, willst du jetzt reingehen? Hm? Willst du jetzt reingehen, Killer? Du bist Trailer. Oh nein! Mentu, ich dachte, du gibst mir ein Backup. Ja, habe ich. Ich habe ja auf beide geschossen. Ich habe beide auf Rot runtergeschossen. Als wir draußen vor der Tür waren, Mentu, habe ich doch so hin und her gewunken. Ich dachte, wir machen die Tür auf und ballern einfach rein. Ja, dachte ich auch. Dachte ich auch? Dann bist du reingeraten, Mentu. Ich wollte aber den Traitor-Tester. Du wolltest dich testen lassen, Mentu. Nein, nein, ich wollte den Tester manipulieren. Mit dem Wasser-Rot-Anzeigen und den Typen einfach umlegen. Ach, das funktioniert? Ja. Alles klar. Die Traitor können auch reingehen und dann wird der grün angezeigt. Ja, genau. Und das soll ich dann auch machen, während du reingegangen wärst. Dann hätte ich das nämlich auch noch machen können. Ach so, also ich hätte einfach reingekommen. Du hättest mich also geschützt. Ja, ich hätte dich geschützt. Oh, Moment. Hätte ich das gewusst, hätten wir wahrscheinlich gewonnen. Dann hätte ich einfach alle umgebracht, wenn du dann... Ich hätte einfach alle umgebracht. Okay, cool bleiben, cool bleiben. Wer ist da bei mir? Freistieler und Kennex. Okay. Kennex hat doch wieder den Goldblock. Ich habe den in der Labe. Ich habe ja den Goldblock. Oh. Ich bin es nicht gewöhnt, nicht trennen zu können. Warum möchtest du das? Okay, also ich bin Detective. Wollt ihr reinkommen? Also, als erstes Killer? Aber ich bin gerade auf der Suche. Oh, ihr habt wieder die Honey Badger drinnen. Ich liebe ihn. Ich komme jetzt auch. Ich komme auch gerade in der sich. Du hast selbst die Tür auf. Bleib draußen, bleib draußen. Draußen. Das Bild ist aber geil. Dann habe ich das letzte Spall hingestellt. Das Bild ist aber geil. Willst du reinkommen? Alter. Ey, hier ist irgendwas. Entschuldigung. Ich habe den Killer weggeballert. Nein, ich habe ihn weggeballert. Warum ist denn die M4 so langsam wie Scheiße? Ich habe den Killer weggeballert mit meiner Honey Badger. Warum habe ich keine Honey Badger? Weil die Honey Badger die beste Waffe ist. Die gibt es nicht immer. Wurde Neo schon getestet? Ich glaube, Neo ist der Schlawiner. Ja, ich wurde nämlich sicher schon getestet. Okay, okay, okay. Wo ich dann von einem gewissen Killer umgebracht wurde. Das kann gar nicht sein, Mendo. Das kann gar nicht sein. Während ich Traitor war. Ich kann mich auch ganz genau daran erinnern. Wenn ich das anhörte. Random, während ich Traitor war. Das hört sich so falsch an. Ich war Traitor. Du hast mich random gekillt. Du wusstest nicht mal, dass ich Traitor war. Ich weiß. Ich habe einen Testschuss in deinen Kopf gemacht. Ich wusste nicht, dass du stirbst. Okay? Testschuss in deinen Kopf. Oh mein Gott, ist bei mir die Map verbackt, Alter. Ich würde es machen, ja. Wieder auf 2. Warum schießt man auf mich? Ich habe hier gerade das Graffiti gemacht. Bam, ich werde angeschossen. Zusammen. Ich werde angeschossen. Oh mein Gott. Er hat geschossen. Oh mein Gott, ich höre es nicht. Oh nein. Was passiert hier? Hier liegt eine Leiche. Wie haben wir den genannt? Der deformte Mann da. Das ist nicht der Haribo-Bert. Haribo-Bert. Warte doch auf mich. Ach, guck mal da. Monsieur Powercraft, alles klar. Wow, 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 wow. Neo. Wo bist du, Neo? Hier drin ist Muni. Also drin im Haus. Oh Gott. Ach, zum Glück ist Gravity runtergestellt. Neo. Bin gar nicht da. Wo bist du, Neo? Wer hat denn da geschossen? Mentor? Mentor schießt, Mentor schießt. Oh. Was? Mentor hat einfach geballert. Ich habe es genau beobachtet. Ja, und ich weiß ganz klar, dass ihr zwar die Traitor seid. Wer zwei? Meinst du Neo und Mentor? Ich bin tot. Du meinst, du sprichst doch von Mentor und von Neo. Ich bin doch kein Traitor. Ja. Oh mein Gott, Freestyler. Ich habe ihn genau gesehen. Ich glaube, er ist... Das sind dann eh nur noch wir zwei, oder? Ja. Okay, jetzt geht es zum Leben und Tod, mein Freund, du alter Traitor. Neo, wir zum Bild. Wie er hier Sachen runterschießt. Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich wollte auch eine Bumsgranate hochschmeißen. Mit Gravity wäre die bestimmt voll geil zu dir geflogen. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja, 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 ja.